Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Weizenmehle. Das High-End-Produkt in unserem Weizenmehl-Test geht an das Schöfer-Weizenmehl. Das Mehl besteht aus blanchierten, fein gemahlenen Süßmandeln in geprüfter Bio-Qualität, wurde schonend getrocknet und entölt. Das broteinreiche Mandelmehl mit mildnussigem Aroma eignet sich zum Backen von Brot, Kuchen, Keksen und Makarons oder als Mehlersatz für Protein-Müslis, Protein-Scheckes und Brotaufstriche. Die Mandelprotein als Weizenmehl-Alternative enthält nur 7g Kohlenhydrate 100g. Weißes Bio-Mandelmehl eignet sich auch zur einfachen Herstellung von veganer Mandelmilch, hier wird neben Mehl nur Wasser benötigt. Das Nussmehl aus blanchierten Mandeln ist ein reines Naturprodukt, das unbehandelt und frei von künstlichen Zusatzstoffen ist. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist das Bielmeier Weizenmehl. Das gute Haushaltsmehl macht Backen und Kochen zur Freude. Zur Herstellung von Gebäck, Brot, Brötchen, Kuchen und Torten ist Mehl als Zutat unentbehrlich. Aber auch Mehlspeisen und Soßen, wie die klassische Mehlschwitze, bekommen durch Mehl erst die richtige Konsistenz. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Weizenmehl-Test ist das Alnatura Weizenmehl. Ein helles, fein ausgemahlenes Bio-Mehl mit hervorragenden Bäckeigenschaften. Das Alnatura Weizenmehl Type 550 ist vielseitig zu verwenden, für süßes und salziges Gebäck, Kuchen sowie helle Brote und Brötchen. Der Weizen stammt aus Bioland-Anbau. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützen Sie die Alnatura Bio-Bauern-Initiative für mehr Bio-Landbau in Deutschland. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.